Was geht ab, Freunde und Supporter? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dragon Ball Z Kakarot. Wie immer, vielen Dank, Freunde, für das Feedback eurerseits, für die Unterstützung. Checkt die Videos, schreibt mal ab, folgt mal auf Instagram, checkt mir ein paar der Instant Gaming ab für das Gewinnspiel und günstig Guthaben. Games, dies als Ananas. Und bisher, Kakarot ist kein Mord. Wir machen weiter. Son Gugu ist endlich auf Namek eingetroffen. Und jetzt... Wendet sich das Platz. Aaaaah! Stabare! A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A! Was ist das? 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 Was? 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 Was ist das? Das betäubt ihn! Das betäubt ihn! Das betäubt ihn! Was ist das? 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 Was ist denn das? than just. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich hätte früher blauen sollen. Ey. Ey, ey! Nein. Nein! Hallo, das ist doch unfair, Mann! Irgendwie konnte ich dem gerade noch so ausweichen. Jawohl, beide getroffen. Genau das wollte ich. Nein! Komm schon, ich muss ein Blatt machen jetzt irgendwann langsam. Noch mal nen Drink. Komm schon, lade ich auf, lade ich auf, lade ich auf. Jetzt ist es vorbei, jetzt ist es vorbei. Jetzt geht's richtig los. Jawohl, Junge! Schieß! Du frisst auch direkt nen Kamehameha, ey. Oh, jetzt geht's voll auf die Schnauze. Was sagst du denn jetzt, Junge? Direkt nachsetzen, ey. Jo, alles klar. Oh, was hab ich weggebrochst. Ja. Jawohl. Blomm, 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 blomm. Und rauschlagen, ey. Bam! Zack, zack, zack. Und es Kamehameha. Voll in die Schnauze. Jetzt geht's, ey. Jetzt geht's, geht's zusammen. Jo, merkst du nicht, dass du damit nicht triffst, Alter? Der checkt's auch nicht, man. Schön, schön, schön. Ja, voll! Wuh! Jo, man, hab's geklaut gemacht. Wenn es jetzt wieder nur... Ich wollt was sagen. Also, wenn das jetzt ein A gewesen wäre, dann, ähm, hätt ich gemeint. Schöne ist immer noch so ein bisschen zu, was sie aber nicht draufigt. K-Kakarot, der warst du eigentlich immer noch zu. Der Agent von isst auf가는 und hältst Du schau- ­-¬-¬-¨-¨-¨-¨-¨-¨-¨? Was he zack okay? Er, wenn du da Bauen im Keller nicht vorst,aisenst Du. Er klar, blommst du los? Super Saiyajin? こんなことではフリーザには絶対に勝てんぞ! フリーザ? カイオー様が言ってたやつか? オーラも修行してずいぶん強くなったと思うが それでもそいつには絶対勝てねえっちゅんか? そういうことだ! フリーザの強さはおそらく貴様の想像を遥かに超えているぞ! いくらなんでもちょっと大げさなんじゃないか? 見ただろ?今の悟空の凄さを! あ、あいつらが手も足も出なかったんだぜ 悟空に勝てる奴なんているもんかよ だったら戦ってみるんだな おまけにフリーザは今頃ドラゴンボールで不老不死を手に入れてしまっているはずだ いや、あいつはまだ願いを叶えてはいないと思う なんだと?なぜわかるんだ? もしここのドラゴンボールも地球のと一緒なんだったら シェンロンが出るときに暗くなるはずだろ? だがさっきから明るいままだ シェンロン? なんだそいつは? ドラゴンボールが揃うと何かが出てくるのか? そうか、わかったぞ あいつは合言葉知らねえんだ まだオーラたちのネゲーを叶えるチャンスが残ってる やったー ん? 二つの戦闘力が近づいてくるようだ お前の逃がしたジースがギニュー隊長を連れてきたぞ 待てよ、フリーザはどこだ ギニューのやつがドラゴンボールを持って行った宇宙船にいたはずだが あっちの方角に通影機を感じる あ、あの方向は 大変だ、最長老さんのところだ まずいぞ フリーザのやつ、願いが叶わないから直接最長老さんに聞き出しに行ったんだ あ、あいつが願いの叶え方を聞き出したら 絶対に最長老さんを殺しちゃうよ 最長老さんが死んじゃったらドラゴンボールもなくなっちゃうのを知らないんだ な、なんだと? よし、クリリンとゴハンはドラゴンボールを取り消してくり オラとベジータがあいつらを食い止めておく わかった、早くしないと最長老さん殺されちまうからな ドラゴンレーダーをプルマさんのところに取りに行かないと ああ、そうだな よし、行ってくれ 気ぃつけてな 頑張れよ、ドラゴンボール ベジータはオラと一緒に来てくれ ギニューとかいう奴らを迎え撃つ ちっ、まあいいだろう お前も死にかけて、全開してから力がぐんと増えたはずだ ちっ、知ってやだった フリーザもギニューたちも宇宙船にいないとなる 今、あそこには誰もいないと言わけたな フリーザもギニューたちもギニューたちもギニュータイチョウ なるほど、あいつか 戦闘力は約5000 そうなんですよ、妙でしょ フリーザもギニュータイチョウ よし、行くぞ、ブジータ お前はもう カカロットとギニューの実力はほとんど同じぐらいと見た うまくいけば、ニヒキトもつぶし合ってくたばってくれるかもしれ 思い知らせてくれる フウギニュータイコット サイ雙方 オープー Das ist gleich so, Niki. Oh, gut. Oh nein, ey. Muss ich wieder erst mal einen ausschlagen hier. Hab schon. Ohohohohohohoho. Das ist jetzt ja richtig nice. Und direkt hinterher an. Jo. Jo. Ah, nee. Ich hab die Fallschule angriffen. Ich dachte, egal. Na gut. Ey. Uh, du wirst schon angemacht mit der Kombo. Jo. Ey, Junge. Lass mich doch mal voll aufwunden jetzt hier. So. So, das. Und Kaioken, ey. Jeez. Nerv nicht, du Lappen, alter. Nice. Ey, das ist doch ekelhaft, einfach mal. Oh, du hast ja getroffen, ey. Scheiße. Die Kaioken frisst so viel Lebensenergie, ey. Ist halt auch nicht so gut, das lange einzusetzen. Oh. Ey, dieser G's, der nervt so heftig. Sehr schön. Komm schon. Komm schon. Oh, gut. Ausgewicht noch. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ey, das ist doch... Ey. Er hat alles in Leben gesetzt. Er hat ja mit seinen Scheiß-Energie-Wall die ganze Zeit. Jawohl. Genio ist besiegt. Jetzt kommst du dran, du kleiner dreckiger Lappen, ey. Okay. Habe ich mal kurz nebenbei. So. Alter, der hat so viel Lebensenergie, wa? Und ich mach so wenig Schaden. Ich weiß gar nicht, warum ich so wenig Schaden mach, aber... Warum macht man eigentlich so wenig Schaden im Vergleich zu den anderen, ey? Guck mal, selbst der... Der Schlag von dem, obwohl ich den... Obwohl ich den... Obwohl ich den... Obwohl ich den abgewertet hab, hab mehr Schaden gemacht, als meine Schaden. Wenn die voll reingehen. Wenn die voll reingehen. Das ist... Das ist voll komisch, irgendwie. Also mächtig fühl ich mich nicht. Mächtig fühl ich mich irgendwie... Das ist nicht wirklich. Oder was sagt ihr vorne? Was sagt ihr dazu? Ohohoho! Ohohoho! Komm, ich wollt grad sagen, Alter. Das ist ja wohl auch ne S, oder? Viertelmillion Erfahrungspunkte? Schmeiß mal. M-M-Masaka... M-Masaka... M-Masaka... Kis-sama wa... S-S-Super Saiyajun na lo ka! Tashka... Bejita mo so nna go to i teta. Nann no go to ka sappari wakarni ken do yo. S-S-S-Super Saiyaj你可以? T-Tensset no... 最 kio sehnし? No-O-O-O-Oу!!!! N photoedotndaaäaaa! U-Ffeizatise anomaly... T-Te nыв to so jank atnam... Z-Be killPS komisch. T-S-S-Super Saiyajuns na no ka... Soh na, Kendo yo, ohran mu da na tatakei wa shi takneen da. Warii kotai wa ne, omeetachi, kono hoši kara kiyete kure! Nanda to? Kisama, honki ka? Honki da, mu imi ni omeetachi o koro shi takneen. Super Saiyajin wa chuto sentou o konomu, zengu chuu saikio no senši no hazu. So, soo ka! Kisama wa super Saiyajin ni nari kirete inai you da na. Da ga, suku naku to mo, kono ore sama yo ri haruka ni tsuyoi. Hahahaha! Na te warao? Jees! Ore no scauter o moette iro! Na, na ni o? Kinii ta zo! Kisama no so no tsuyoi karada o! Change! Change! Kisama to ore no karada o! Kisama to ore no karada o! Kisama to ore no karada o! Ginii taisho! Skauta o! Kisama. Kisama sa maku ni moedorzo. Kisama mo moedote ko raeru ka moishirem. Hahahaha! Ma... ...Its ga di分o kizudzige tanwa... ...G... ...Gonota me datan ka? Ma... ...Mazuy zo... ...G... ...Aitz toilet koo keliin tach gaa... ...Haciyawa sesu... ...K... ...Ma... ...Mate... K... Wenn ich auf die Erde wieder zurückgehe, dann kann ich mich wieder auf die Erde bewerben. Ich habe mich so ein Gesicht gemacht. Gut Freunde, wir kommen jetzt aber langsam zu Ende. Wir kommen gleich zu Ende. Geben Sie bitte, Dende. Die Welt ist für dich. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr verraten habe. NANIKA YOKA in der Videobeschreibung und seid beim nächsten Mal mit dabei Haut rein! Tschüss!